Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Vielleicht erkennt ihr schon, wer hier ist. Das ist Frankie Stein, der beliebte Charakter aus der Monster High. Und hier habe ich einfach mal in einem Video, das findet ihr auf dem Kanal Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club, die Frankie Stein geschminkt mit der My Model Puppe, Make-up und Haare. Wenn ihr daran interessiert seid, wie man sich so verkleidet oder schminkt, beispielsweise zu einer Monster High Motto Party auf einem Geburtstag, dann schaut auf dem Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club vorbei. Ich hatte ja hier auch schon bei Spiel mit mir Kinderspielzeug ein paar Mal Elsa oder Rapunzel verkleidet. Und Nina, die macht jetzt bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club eben diese Make-ups zum Nachmachen. Und ja, wer Lust hat, einfach mal reinschauen. Und die Nina, die hat nicht nur die Frankie Stein geschminkt, sondern auch Draculaura von der Monster High. So sieht sie aus. Ich finde, eine Ähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, total schön hast du das gemacht. Also mir gefällt es richtig gut. Ich werde mir das Video auf jeden Fall ansehen. Und wenn euch das auch interessiert, einfach vorbeischauen. Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und da seht ihr dann die Videos, die Nina mit Schminke macht. Genau. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, welches Make-up Nina als nächstes machen soll. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Tschüss! Tschüss!